Warte. Du musst nicht reinblitzen. Ah nein, du hast schon gefotert. Jetzt müsst ihr ruhig bleiben. Das ist der Park-Assistent vom VW Duran. So sagt er, jetzt soll er vorne. Aber die laufen da rauf, gell? Hi, Mats Trudenbeck. Der kommt nachher wahrscheinlich nicht in Österreich. Ist alles live, Kollege. Du hast ein paar Gelder, auf dem Sex ist ein Stumpen. Der ist sicher auf Chinesisch programmiert. Du kannst jetzt nochmal reinfahren. Entschuldigung. Ja gerne, nein, ich bin dabei. Und ihr kein anderes Mal. Du kannst aussteigen. Schau, da kommen wir jetzt oben runter, das ist Plus. Geil, ja. Seht ihr dort, es wird automatisch händsfrei. Hat er ihn jetzt gehabt? Ja. Du musst immer noch füllen, du musst noch füllen. Ja, du musst ja zwischen den zwei Autos rein. Ja, ich kann sie ja. Mach da, was er sagt. Du, dann jetzt. Jetzt. Oh, jetzt. Ja. Mega. Ohohohoho. Du, da war ich erst gerade im Fernseher. Hammer. Geht gut aus, geht gut aus. Jetzt. Ja, jetzt googelt doch. Du musst auf alle Seiten noch. Ja. Ah, da ist man dann. Aber Gas musst du schon noch geben, oder? Ja. Ja, das ist der Ficker. Ja, das ist ja. Weisst du, jetzt musst du bremsen. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Ohoho. So schnell kannst du nicht drüllen vorhanden. Seht ihr es. Mmmmm. Bischu. Bischu. Nehmt euch ein Bild. Bischu. Aber ausladen müssen wir dann hinten an. Weisst er das? Wenn du jetzt noch einen Meter. Ich habe mich da schon. Das ist jetzt wirklich eine Science Fiction. Yes. Ja. Ohohoho. 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 Gut gemacht Barri. Das ist der alter Pilot. Wie heisst er? Barri, oder?